Und schöner ist, ich werde heute nicht so viel entsprechen müssen, denn gleich fort, ob es dabei ist. Hallo! Was muss passieren, um Slavia beizukommen? Du musst effizient sein. Was sie dir ermöglichen, musst du dann eben auch versuchen zu nutzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als Zweiter die Playoffs einzuziehen, das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Bis zum nächsten Mal. Kommt, bis hinten auf der Stelle. Kommt, schneller, 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 schneller. Achselt! Bis zum nächsten Mal. 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 Mehr Chance! 1-1! 2-1!